Herzlich Willkommen und zurück zu Let's Play WoW. Ja, eine Woche ist rum und es ist wieder Paladin-Zeit. Wir müssen immer noch fleißig Kanonenkugeln sammeln und wir sind immer noch nicht in einer Dungeon. Wir sind seit 15 Minuten als Tank in einer Dungeon. Hängen wir da rum, das gibt es gar nicht. Von dem brauchen wir glaube ich auch das Fleisch. Ich glaube von dem brauchen wir das Fleisch. Wir werden euch alle massakrieren. Ganz kurz, auch nur ganz kurz. Die schicken wieder einen durch die Gegend. So, jetzt piert doch mal hier. Mal loslassen. Das ist ja so wie die Viecher, die Fledermäuse, die uns damals die ganze Zeit genervt haben. Okay, das ist einfach wie ich dachte, die paar zu töten. Das sind da schon zwei Ungefallen. Ich habe kein Ziel. Und der letzte, okay. Oh, zwei von sechs ist okay. Halten wir uns mal schnell hoch. Und dann suchen wir nochmal ein, zwei Kanonenkugeln. Die müssten hier auch ja irgendwo sein. Aber ich können wir auch nochmal angreifen. Die drei reichen erstmal. Der große ist dann ein bisschen mehr, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Was ist denn los hier? Ich brauche ein Ziel. Ach, da lebt ja noch ein kleines. Oh, das hat das Fleisch natürlich. Die großen natürlich nicht. Die großen haben kein Fleisch. Wo sind denn die Kanonenkugeln? Da ist einer. Zack. Da haben wir es nochmal. Die hauen echt. Heilung. Jetzt kommt auch noch so einer. Ist klar. Ist klar. Jetzt kommt auch noch so einer. Oh, das haben wir so schon besiegt. Das ist okay. Das ist zu weit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Vielleicht brauchen wir noch eins und noch drei Kanonenkugeln. Ah, komm her. Dann machen wir dich wieder kurz. Ich muss näher ran. Ich habe keine Kugel eingesammelt. Ihn gelootet. Ein Fleisch. Dann nehmen wir nur mal ihn auf dem normalen. Das ist reich. Keine Lust zu sterben gegen eine Horde wildgewordener Schaufelhauer. Ich habe kein Ziel. Okay, natürlich nicht. So, dann machen wir noch mal einen. Zack. es meldet sich aber auch keiner für eine dungeon an so haben wir die aufgabe abgeschossen sehr schön auch noch zwei kanonenkugeln die werden wir wohl auch noch finden da ist noch eine wo ist die andere kanonenkugel ist die jungen speziell eine kanonenkugel noch bis hier vorne wenn wir wohl nicht schießen da hinten ist da haben wir alle zehn kanonenkugeln von drei aufgaben die welt fällig haben auch schnell abgeben das ist sehr schön so gut wie geht's mir geht's gut und hier sind 1000 das ist sehr schön 14.000 erfahrungspunkte dann können wir das fleisch der hirsche gleich mal abgeben bei der küche guter 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 gut ich auch danke so und ab in den burg wo geht eigentlich der zeppelin hin das weiß ich kann geht er in die botanische tundra verflogen ist mir meine kommentare schreiben falls ihr wisst wo dieser zeppelin hingeht das weiß ich nämlich nicht das kann ich jetzt beim besten will nicht sagen wo dieser zeppelin hingeht das was ich bin ganz so hauptmann möchte dass ihr mit an seiner berater sprich direkt daneben schönen tag auf ok drei protodrachen sollen erledigen jetzt uns die aufgaben nicht gleich geben können wo wir schon die welten getötet haben so und hin zu den guten also ich breche ziehen einfach mal ab einladen das dauert nicht so lange wer weiß hallo fehlt euch etwas hallo wer bist du denn wer bist du denn ok auf wiedersehen so und dann wollen wir noch mal drei große drachen töten aber den ersten anvisiert ich kann diesen gegenstand noch nicht benutzen ok ein feuer stört uns gar nicht rot oder ich tot ein problem für uns hier muss in der nächste da gibt es immer noch wechseln hier sehen wir auch was so dann haben wir dich aufgesiegt sehr schön zack das ist zu weit entfernt ich habe ein visier das will ich nicht ich will nicht und der nächste drache wo ist er da sind wir ein bisschen hinfliegen da kommt zu uns geben wir mal ein bisschen entgegen und frostblitz zack na komm na komm ich will auf der reichweite zack und besiegt können wir schnell wieder auf mounten uh falsch ach wir kämpfen noch links ein ne so jetzt sind wir weg da können wir die aufgabe noch schnell abgeben mal gucken welche folge aufgabe uns gleich droht ich glaube es geht doch noch weiter in die mine da bin ich mir aber jetzt ganz sicher ob das wo oder startet man das woanders das weiß ich jetzt gerade gar nicht das werden wir gleich erfahren so aber hauptsache in jeder burg ist erstmal ein gasthaus das ist schon mal gut und job guten tag da sind wir wieder die drachen sind besiegt der magistrat mögen eure reisen sicher sein aber magierleutnant nicht magistrat hallo hallo ob man möchte dass ihr euch mit kundschaften am glutspärturm meldet ok zum glutspärturm da können wir doch mal schnell hin auch schon wieder falsch ist gedrückt alle mannen nicht schlimm auf mountain was gibt es hier vorne für eine aufgabe tag was geht euch durch den kopf seid auf der haupt ach ja das ist die aufgabe die ich gerade meinte da müssen wir ein paar sachen springen das machen wir gleich aber erstmal treffen wir uns mit den kollegen zwei stein genau ihre esel müssen was geht auch noch holen reisen sicher sein ach da müssen wir uns nicht mit den treppen dann machen wir erstmal die aufgabe hier noch schnell das ist auch noch drin in der zeit dass die folge nicht mehr zu lang wird die mussten wir glaube ich mit schräg schräg heben schräg schräg heben kopieren muss ich dafür auf dem boden sein schräg heben 10 ok ja komm herr ja ganz auch gleich vom dunkel eisen zwerge oder verwirrter forscher auch so die sind verwirrt gut tschuldigung kein dunkel eisen zwerge ihr seid einfach nur verwirrt sein helfen euch bringen euch mal schnell um nicht dass ihr verwirrten stellen rum läuft ist noch nicht bereit so aufheben haben wir den guten fels gesprengt und die kristalle die müssen aufheben die edelsteine das sollte nicht schwer sein so dass der nächste esel ich habe die hand gehoben kann es auch gleich kommen warum man denkt man soll zu hause und nicht da rein dann muss bei dir mensch jetzt kommt halt um jetzt läuft sie noch nicht die richtung sehr schön danke dir ich habe kein auch besiegt so erste sprengung entdeckung das tolle sammeln wie sie alle online kommen und zu zocken so nicht können wir mal holen ich können wir mal holen dann können wir gleich beides zusammen springen wieder was war das gibt euch eure angst los mit dir na komm wir sehen nur noch schnell zu den kräftgegner hier weitermachen ich brauche ein ziel müssen wir bestimmt nachher noch besiegen jetzt wird sie jeder forscher die ich lasse mich auch nicht werfen besiegt ich muss zuerst etwas anvisieren und zack so viel brauchen wir gar nicht mehr hier aber noch mal auf welche los dich besiegen wir dann müssen wir noch die beiden felsen springen dann müssten wir schon fast haben dann müsste es fast reichen ich habe kein ziel fast passt ein bauch ein esel ein esel sehr schön mir aus ich brauche ein ziel und aber die aufgabe erledigt sehr schön jetzt kommt er schon wieder ich will von dir nix die weg seltsames gefühl dass er zu tragen für sucht ein merkwürdiges gefühl so würde etwas euer gedanken das rei gedanken berühren ok hat sich sehr komisch an wir wollen müssen die kristalle schnell loswerden deswegen machen wir diese aufgabe noch zu ende so kommen wir hier es geht auch auf dem flug mount einst noch sehr schön dann können wir die aufgabe noch schnell abgeben dass wir die steine loswerden und nicht mehr so ein komisches gefühl haben ihr wisst es was geht euch durch den kopf man sieht sich level 63 sehr schön ich bin schon verwirrt wir müssen da diese sachen abgeben violette festung was kann ich für euch tun so ich danke euch auf jeden fall fürs zuschauen und sage euch bis zur nächsten woche feedback da lassen kommentare daumen hoch abos ihr wisst alles alles da lassen was ihr könnt ich danke euch fürs zuschauen bis zur nächsten woche auf wiedersehen bei bürgerin lp und tschüss